Musik Die italienische Holocaust-Überlebende Liliana Segre, 89 Jahre alt, lebt seit November vergangenen Jahres unter Polizeischutz, weil sie Morddrohungen erhalten hatte. Ein Beispiel für den wachsenden Extremismus in Italien. Im Alter von 13 Jahren wurde Segre 1944 als eines von 776 italienischen Kindern nach Auschwitz deportiert. Nur 25 überlebten. 45 Jahre lang war sie nicht in der Lage, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Mit 60 Jahren begann sie, sich zu öffnen. 75 Jahre nach der Befreiung Europas von Faschismus und den Nazis. Wie war es für sie, als Überlebende über Auschwitz zu sprechen? Nach der Rückkehr aus Auschwitz konnten fast alle Überlebenden lange Zeit nicht über die Geschehnisse sprechen. Es war zu schwierig, in Worte zu fassen, was man gesehen und erlitten hatte. Diejenigen, die das Leiden nicht erlebt hatten, konnten unmöglich verstehen, was wir ertragen mussten, was es hieß, nach diesen schrecklichen Jahren zu einem normalen Leben zurückzukehren. Natürlich gab es selbst unter uns im Lager große Unterschiede. Es gab gebildete Menschen wie den Schriftsteller Primo Levi, die darüber sprechen und sogar schreiben konnten. Er beschrieb Dinge, die, wie er selbst sagte, unaussprechlich waren. Ich war ein junges Mädchen. Ich bin nach meiner Rückkehr 15 Jahre alt geworden. Ich war so anders als meine Altersgenossen und die wenigen Familienmitglieder, die noch übrig waren. Ich entschied mich für das Schweigen, eine schwere Stille. Es war nicht einfach, aber es war besser, nicht zu reden, als zu reden und nicht verstanden zu werden. Was führte denn dazu, das Schweigen zu brechen? Diese schweren Erinnerungen zu verarbeiten, darüber zu sprechen, ohne zu schreien, zu weinen oder zu stocken, ist nicht einfach. Dafür muss man an sich arbeiten. Ich habe viele, viele Jahre gebraucht. Und dann ist etwas in mir passiert. Ich glaube, es war einfach die Freude am Leben. Ich wurde Großmutter. Endlich konnte ich darüber sprechen. Es war ein langer und schwieriger Weg. Aber heute bin ich sehr glücklich darüber. Es war wie ein Erbrechen. Das ist zweifellos ein unschönes Wort, aber es drückt aus, was ich fühlte. Es war wie Bauchschmerzen zu haben, die nicht weggehen. Und dann schließlich. Worte als Therapie? Worte können einen hart treffen. Sie können schwierig zu finden sein, schwierig zu verstehen. Aber mir haben sie geholfen. Auch heute noch. Inwieweit bestimmt Auschwitz Ihren Alltag? Jeden Morgen, wenn ich dusche, sehe ich die Tätowierung auf meinem Arm, die ein Teil von mir ist. Diese Tätowierung ist ebenso ein Teil von mir wie meine Nase. Ein Teil von mir, das ich nicht vergessen kann. Diese Erinnerung ist nie verplasst. Das bin ich. Diese Nummer, was haben Sie darüber Ihren Kindern und Enkeln erzählt? Ich habe mit meinen Kindern und Enkeln nie so darüber gesprochen, wie ich es mit ihnen tue. Meine Kinder haben bemerkt, dass die anderen Mütter keine Tätowierung hatten. Und in den 60er Jahren war das ja auch nicht so in Mode. Trotzdem fingen sie schon in jungen Jahren an, mich um Erklärungen zu bitten. Ich habe immer geantwortet, wenn sie etwas älter sind, werde ich es ihnen sagen. Ich kann nicht sagen, ob ich diesen Punkt nie erreicht habe oder ob sie sich anderswo informiert haben. Wir sind zusammen reifer geworden. Es gibt Leute, denen es Spaß macht, Hassbotschaften im Internet zu schreiben. Was sind das Ihrer Meinung nach für Leute? Was ist das für eine Gesellschaft, in der so etwas passiert? Ehrlich gesagt tun mir diese Leute ein bisschen leid. Denn wenn jemand nichts Besseres mit seinem Leben anfangen kann, als einer fast 90-Jährigen eine Todesdrohung zu schicken. Nun, was soll ich sagen? Diese Leute sollten ihre Zeit besser nutzen. Fernsehen, spazieren gehen, ein Kind küssen, ein Buch lesen. Und dann lieber einer 90-Jährigen eine Todesdrohung schicken? In Europa ist der Antisemitismus zurück. Er ist ein beherrschendes Thema. Entschuldigung, er steht wieder auf der Tagesordnung, weil man darüber redet. Aber ich glaube, diese Art von Hass war schon immer da. Am 25. April 1945 gaben alle Antisemiten vor, nicht mehr antisemitisch zu sein. Der sehr große und wichtige Unterschied besteht darin, dass wir heute darüber reden können. Gibt es Ihrer Meinung nach Ähnlichkeiten mit der Vergangenheit? Gibt es die Gefahr eines Rückfalls? Auf keinen Fall. Nicht in der Art und Weise, wie ich es erlebt habe. Ich schließe aus, dass ich dieser Horror wiederholen kann. Die meisten europäischen Staaten leben in einer Demokratie. Und ich hoffe, es gibt mehr Gerechte als ungerechte Menschen. Wie kann sich eine Gesellschaft davor schützen? Ich habe kein Rezept gegen diese Übel, die immer wieder auftreten können. Ich glaube sowohl an die Möglichkeit der Wiederkehr, als auch an einen Neuanfang. Vor 75 Jahren waren Sie dem Tod so nah. Macht Ihnen der Tod heute noch Angst? Wir haben alle Angst vor dem Tod. Für mich kann ich sagen, dass ich das Leben vorziehe und bis zum letzten Moment genießen will. Ein Leben vor allem in Freiheit. Frei und in Frieden. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Euronews wünscht Ihnen noch ein langes Leben. Vielen Dank für die Wünsche. Ich habe noch viel vor in meinem Leben. Und auch viele Dinge möglich. Vielen Dank für die Ehreignisse. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen.